mp hole in one ich daneben geworfen geworfen ja oh gott man willst du mich was ja super du sollst da unter auch hier wollte mich doch fisten oder was ja was ihr müsst halt einfach nur in den eimer rein es ist halt nicht so einfach habt ihr das beim karneval kennt ihr das nicht von einem also im eimer pinkeln ja kennt man asoziales mobbing spiel ich habe mich die perfekte karte rausgesucht ja wola wola links oder rechts was ist das euer fucking ernst okay kann das mal runtergehen wett warum wolle ich warum nicht ich habe doch überhaupt nichts gemacht okay wie mobbing wie ist meine verbindung eigentlich so grottig das weißt du doch nicht nee offensichtlich nicht was tue ich hier ist klar ist klar was war das jetzt keine ahnung na komm 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 ja das war cool ja das ist the burger king thing but moving good luck wow war das schwer wahnsinn oh das war das ding oh gott nein okay so was wollen sie hier da oben in den korb nicht mit so viel schwung also mit mehr schwung genau volle möhre also richtig volle möhre ich habe nicht mit gefühlen karneval gehen ist doch bestimmt toll ja kommt so an wen du fragst ne ich gebe dir gleich karneval in dein gesicht ey was also im deutschen wie heißt im deutschen ist es ja eher kirmes kerb oder so volksfest fasching rummelplatz ne eben nicht genau rummel es hat nix mit fasching zu tun alter englisch wurde carnival bezeichnet eben ey du stück scheiße du das hat er nicht gesagt oder ist das schluss ich habe gehört das schokolade schokri schokri nougat croissant gute schwarze kuchig haste gesundheit dieses verwichste mobbing spiele ja ach quatsch oh das dann leg ne schon wieder den falschen ja das ist einfach nur luck ne also das ist kein krieg ey ernsthaft so ein mobbing spiel ey ja aber es ist dein mobbing spiel und gar nicht können wir den fortnite spielen ja nein jein es ist tatsächlich egal in welches loch ihr es ist einfach reines glück ja mit glück ist so ne sache hab ich nicht ich lass lena keine maps mehr raussuchen ach komm ich mach nachher noch ne andere nein ist nicht dein ernst das geht auch nicht gut ach denk it das war ja nicht so fest na immerhin das war luck nup ah da endlich jetzt ist noch die qualität wieder gut wer ist denn dieser kleine schwarze ball überhaupt äh ich weil ich das nicht eingestellt hab ich hab nicht dran gedacht dass ich ja hier äh farbe und so ey ja und schwarz ist schön schwarz macht schlank ja vor allem bei dem spiel hier ja ja es ist bei dem ähm ok weil unglaublich wie ich test your strengths oh ja das ist v2 check strengths das war zu wenig strengths ok ah bei mir auch nein wie hoch muss ich denn ok ach also wirklich fest nein ähm nicht so fest doch richtig fest ach denk it ok das ist ja cool wenn wenn Lena und Jens ineinander stecken sieht es aus wie so eine Melone eine Wassermelone ja Melonenscheiße mit ein Stück Schoko haha Melonenschoki äh äh Schokokuchen genau fast Alter ich komm nicht hoch genug ich auch nicht vorhin habe ich das geschafft aber jetzt gerade irgendwie ist äh nicht aber gut äh ein bisschen stärker ist noch stärker äh jetzt so richtig mit Gewalt ähm da ist er weg ich fühl nicht mehr ach doch ne ich hatte vorhin so viel Lack das ist jetzt vorbei ja sag mal was mach ich denn hier ich verstehe nicht frag nicht verstehe ich nicht verstehe ich nicht frag nicht alle nix schuld Lena hat keine Kraft ich glaub das höre ich nach dem heutigen Tag auch nicht mehr ne so richtiger Breitag ey da eigentlich Montag sein müsste sag mal warum kriege ich das jetzt rein ach so weil hier die Einstellungen wahrscheinlich anders sind als auf dem ja natürlich ja genau schade ich das ja ja woran denn sonst ja ich hab einfach keine Kraft gebt dir doch einfach mal Mühe ne gleich eins aufs Maul echt aber du kannst doch jetzt immer noch die Option umstellen ja player ja ich habe jetzt nur noch die letzte ja ich weiß auch nicht äh äh so weit war ich nicht genau da hat das Spiel ausgesetzt genau ach man äh du fertig ich auch wie seid ihr eben da hochgekommen ne ja da in der grüne also da ach so da kommt ja Vielen Dank.